Hallöchen und willkommen zu einem neuen Top 5 Video. Ich wurde ein bisschen inspiriert von ein paar Reels, die ein paar Bookstack-Rammer gemacht haben bzw. eine, wo ich es halt gesehen habe und zwar Top 5 First Lines in Büchern. Natürlich gibt es jetzt nicht nur eine Top 5 mit besten ersten Sätzen in Büchern, sondern deutlich mehr. Deswegen wären das wahrscheinlich eher verschiedene Parts. Also wir nennen das jetzt mal hier Part 1, Teil 1, denn das sind jetzt mal so die ersten 5, die ich jetzt mal so vorstelle mit ersten Sätzen in Büchern, die ich richtig cool finde und wahrscheinlich werde ich über die Zeit noch mehrere entdecken. Ich habe auch noch zwei in Petto, die ich mir schon aufgeschrieben habe. Das heißt, wenn ich dann wieder welche zusammen habe, gibt es dann den nächsten Part und ich dachte eigentlich, das ist eine ganz witzige, coole Idee. Kann ja auch nur ich so empfinden. Aber ich fand das ganz cool als Real und dachte mir, ja, das wäre ein super kurzweiliges Video für meine Top 5, die ich eigentlich regelmäßig machen wollte, zumindest eine Top 5 pro Monat. Hat noch nicht so ganz hingehauen. Gut, im Dezember war so ein bisschen Flaute, deswegen bin ich zurück mit neuer Motivation und hoffentlich auch neuen Ideen. Und ein bisschen abwechslungsreicher versuche ich, das zu gestalten. Sofern es mir möglich ist. Man hat ja auch noch ein anderes Leben. Genau, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt. Da ich natürlich hauptsächlich auf Englisch lese, wir haben heute vier englische Bücher und ein deutsches, wird es hauptsächlich auf Englisch sein. Ich werde es noch ein bisschen übersetzen für die Leute. Genau, fangen wir an mit Buch Nummer 1. Da musste ich gar nicht lange überlegen. Das war einfach so ein badass erster Satz. Und zwar Red Rising von Pierce Brown. Ich lese es einfach direkt mal vor. Muss ich mehr dazu sagen. Also ich hätte in Frieden gelebt, aber meine Feinde brachten mir den Krieg. Es ist ja im Deutschen, es ist einfach ein unglaublich erster Satz, der einen direkt, ja, catcht und denkt, wow, okay, das wird Badass Buchreihe. Und das wurde sie auch. Ich fand allein den ersten Satz schon so magisch und kurzweilig. überhaupt. Pierce Brown schreibt hier sehr kurz und knapp und prägnant und er hat viele solche richtig krassen, inspirierenden One-Liner. Deswegen definitiv eins mit der besten ersten Sätze. Es waren zwar zwei Satze, aber ich mache mal immer so quasi den ersten Paragraf. Können wir das in Klammern so festhalten? Denn als nächstes genanntes Buch, wer hätte es gedacht, dass das auch auf meiner Liste ist? Meine zwei Lieblingsreihen. Und zwar The Wheel of Time, The Eye of the World von Robert Jordan. Also den ersten Teil, das Rad der Zeit, das Auge der Welt. Und ja, es ist einfach so ein catchy und das ist, ich lese aber wie gesagt nicht den, Moment, nicht den Prolog, sondern in dem Fall ist es nämlich von Chapter 1, zählt. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Intro. Ich lese es jetzt auf Englisch. Und zwar The Wheel of Time turns and ages come and pass, leaving memories that become legend. Legend fades to myth. And even myth is long forgotten when the age that gave it birth comes again. In one age, called the third age, by some an age yet to come, an age long past, a wind rose in the mountains of mist. The wind was not the beginning. There are neither beginnings nor endings to the turning of the wheel of time. But it was a beginning. Es ist einfach, ich meine, dieser Start kommt jedes Mal nur immer mit einer anderen geografischen Lage, also a wind rose oder a wind blue in dem bla bla bla. Und es ist jedes Mal Gänsehaut, wenn das anfängt. Ich kriege jetzt auch schon wieder so ein Krimmel. Und es ist einfach jedes Mal so richtig episch, dieser Spruch. Und ha, das ist einfach schön. Es ist so cool gemacht. Haben sie auch in der TV-Serie mega gut umgesetzt. Und wie gesagt, so startet eigentlich jedes Buch. Und es ist jedes Mal richtig schön, weil es war so ein Aufhänger und es ist einfach ein richtig schöner, nennen wir es Epigraph. Es ist so kein Epigraph, aber es ist einfach mega geil zum Starten und man weiß genau in dem Fall, ja, da kommt eine epische Reise auf uns zu und eine verdammt lange Reise. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich übersetze das jetzt nicht. Weil, ähm, viel zu lang. Ja, äh, als nächstes haben wir einen Klassiker, den konnte ich nicht unterschlagen, Leute, den konnte ich nicht unterschlagen. Und zwar The Hobbit von J.R.R. Tolkien. Ähm, ja. Ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen, das ist mit eines der berühmtesten ersten Sätze überhaupt. Äh, es ist einfach, ich muss hier blättern, weil hier so viel Vorwort ist. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Not a nasty dirty wet hole, filled with the ends of warmth and oozy smell. Nor yet a dry bare sandy hole with nothing in it to sit down on or to eat. It was a hobbit hole. And that means comfort. Muss ich, glaube ich, gar nicht übersetzen. Jeder hat, äh, entweder das mal gelesen auf Deutsch, die Filme geguckt, et cetera, et cetera. Ähm, ja, es ist einfach eins der schönsten ersten Sätze überhaupt. Nicht, dass es irgendwie so mega episch oder, äh, ja, so richtig bombastisch ist. Aber es ist einfach ein schöner erster Satz, äh, der dich so ein bisschen catcht von wegen, was ist eigentlich ein Hobbit? Sofern man das noch nicht weiß, heutzutage. Aber ja, einer der besten ersten, schönsten ersten Sätze, gemütlichsten ersten Sätze, wie auch immer. Und bekanntesten. Konnte ich, wie gesagt, musste mit rein. Musste mit rein. So, weiter geht's mit zwei Büchern, wo ich jetzt spontan mal ins Regal gegriffen habe und so festgestellt habe, oh, das ist ein cooler erster Satz. Und zwar haben wir hier der 5. Season von N.K. Chimisin. Ich mag zwar die Reihe vielleicht nicht so gut gefunden haben, aber, ähm, der erste Satz ist schon richtig geil. Und zwar, ich lese ihn einfach mal vor, ebenfalls wieder auf Englisch. Let's start with the end of the world. Why don't we get it over with and move on to more interesting things. Das ist einfach so cool, von wegen, starten wir doch einfach mal mit dem Ende der Welt. Yay, warum eigentlich nicht? Ich finde, das ist so ein cooler, einträgsamer Satz. Und du denkst dir nur, okay, die Kacke ist richtig am Dampfen in dem Buch. Wir stehen wirklich vor dem Ende der Welt und alles geht zu Bruch. Und, äh, das drückt diese Misere ziemlich auf den Punkt genau aus. Und last but not least, ähm, ebenfalls was, wo ich jetzt, äh, einfach nur so spontan ins Regal gegriffen habe und reingeschaut und gedacht habe, das ist cool, ähm, wie gesagt, das werde ich jetzt noch öfter machen, deswegen bleibt es nicht bei diesem Top 5. Ähm, ist... Der Name des Windes von Patrick Rothfuss, unserem einzigsten deutschen Vertreter heute, ähm, weil ich es damals eben auf Deutsch gelesen habe. Damals, wo ich noch Deutsch gelesen habe, das war ein wahnsinnig sinnvoller Satz. Äh, ja. Auf jeden Fall fange ich einfach mal an. Ich fand es irgendwie ganz interessant, das ist auch eher wieder ein kompletter Abschnitt. Es war wieder Abend geworden. Das Wirtshaus zum Wegstein lag in Stille. Und es war eine dreistimmige Stille. Der vernehmlichste Teil dieser Stille war dumm und lastend und verdankte sich dem, was fehlte. Hätte ein Wind geweht, so hätte er in den Bäumen gesäuft. Hätte das Wirtshausschild quietschend zum Schaukeln gebracht und die Stille wie trudelndes Herbstlaub die Straße hinabgebieht. Wäre das Wirtshaus gut besucht gewesen, hätten sich dort auch nur eine Handvoll Männer aufgehalten, so hätten sie die Stille mit Geplauder und Gelächter gefüllt. Mit dem Radau und Bohai, den man in dunklen Abendstunden in einer Schenkel erwartet. Wäre Musik erklungen, aber nein, natürlich erklang keine Musik. All das fehlte. Und so blieb es still. Es war halt sehr schön poetisch und lyrisch geschrieben, sofern man das sagen kann. Ich bin da kein Profi. Aber ja, es war halt eher so... Ja, eher bildgewaltig alles dargestellt. Also es war einfach cool. Halten wir das fest. Mir fehlen gerade irgendwie die Worte, um das auszudrücken, was ich eigentlich sagen möchte. Aber wie gesagt, es war eher so ein bisschen mehr poetisch und das finde ich als Einstieg ganz gut, weil er hat ja auch eher so einen poetischen, sehr, ja, wie soll man sagen, nicht bildgewaltigen Schreibstil, aber einen sehr schönen, auch nicht unbedingt blumigen zum Teil, ja. Ist schon ein bisschen her, auch wo ich es gelesen habe. Aber ich weiß noch, dass sein Schreibstil wirklich in Erinnerung geblieben ist, eben weil er richtig, ja, mega cool war. Und das ist ja auch nur die Übersetzung. Eigentlich hätte ich es mal im Originalen, aber wie gesagt, falls es jemals irgendwann noch ein Buch geben wird, werde ich vielleicht ein Reread starten. Man weiß es nicht. Ja, das waren so mal die ersten Top 5 besten ersten Sätze in Büchern. Es gibt natürlich noch deutlich mehr, die werde ich ausfindig machen und versuchen, das mal so vielleicht ein bisschen als Reihe fortzusetzen. Ist ja eine recht kurzweilige Sache. Vielleicht habt ihr aber auch noch Tipps oder so, die ich dann mit reinnehmen könnte oder schreibt mir einfach, was so eure Favoriten sind, so als beste erste Sätze. Ich habe ja nicht alles gelesen, kann auch nicht alles beurteilen noch momentan. Ich habe, wie gesagt, einfach mal blind ins Regal gegriffen, stellenweise. Manche Sachen sind einem natürlich noch in Erinnerung geblieben. Und der Rest war eher so, ach, wer suchet, der findet. Genau. Dann war es das auch schon. Ich danke euch fürs Reinschauen. Liked und subscribed. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheerio. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020